Hallo ich bin Femi Dome im Klartext ein Frauenkondom und heute komm ich mal wieder zum Einsatz. Links von mir der attraktive Lavabo ist der Cornel. Mit an der linke Seite das ist die Robina. Sie ist für das Vorspiel zuständig und wird jetzt Lavabo Kornil mächtig anheizen. Und hinter mir auf den Stuhl mit gespreizten Beinen ist Michaela. Sie wartet schon sehnsüchtig auf Lavabo Kondom Tester Cornil, so nun der Reimer. Das kurze Wort an Lavabo Kornil, dann an Robina. Und zuletzt an Mikaela. Viel Spaß wünscht euch eure Femi Dome. Scheiß Viagra. Früher war ich der Kind. Heute kann es jeder. Aber ich sag euch die Robina ist schon der Hammer. Die schafft es mich immer wieder hoch zu bringen. Ich wünsche mir an der Stelle ein Bussi von mir und danke Robina für die tollen Stern die du rüberbringst und nun auch von mir viel liebes Spaß euer Kondom Loverboi Tester Cornil. Danke Kornil für den Kompliment. Ich finde dich auch total ist, aber nun zum Thema ich erkläre euch. Mal kurz was eine Femi Dome ist das. Charka Kondom für Frauen. Ein MIT in einem Gleit mit zahlbefeuchteter Schlauch auf Silikonbasis der Tief in die Vagina eng geführt. Führt und dort die Samenflüssigkeit auffängt. Es ist greer als das rekenliche Kondom für Männer. ZDFmişikonbasis. Oh, huuu. Oh, baby. Miracal, boo. Miracal, baby. Miracal, baby. Miracal. Miracal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018